Jetzt zeige ich euch, wie ihr ganz schnell in fünf Minuten in eure Mitte kommt. Spürt mal, wie ihr noch nicht so ganz in eurer Mitte seid. Kommt ruhig ein bisschen nach vorne und dann geht es los mit Live-Musik. Und ihr steht etwa hüftbreit und lasst euren Körper auf- und abschwingen. Kommt ruhig ein bisschen näher. Also, sink tief in die Knie, genau. Und dann, wo sind wir oft verspannt, weil wir immer lächeln, obwohl wir ein wenig genug haben, im Kiefer. Massiert mal euren Kiefer ein bisschen. Genau, Spannungen loslassen. Genau. Und dann habt ihr hier zwei so Grübchen. Geht mal da rein und massiert. Wenn der Nacken steif ist, ist das Herz zu. Und wir wollen ja das Herz auftun. Genau. Gut. Und dann aktiviert ein bisschen eure Kopfhaut. Wer hat, zieht sich ein bisschen an den Haaren. Genau. Und dann eure Ohren. Mega wichtig. Genau. Super. Dann lasst ihr Kopf und Nacken ein bisschen hängen. Und das Mittag noch ein bisschen verdauen. Und dann die Schultern rollen. Genau. Und die Handgelenke schütteln. Genau. Und dann schaut ihr eurem Arm nach. All das machen wir zum den Brustkorb ein bisschen aufzutun. Ja, ja, ja. Genau. Und dann pöpperlen ein bisschen auf eure Thymusdrüse. Mega wichtig. Genau. Gut. Und jetzt kommt Ladina Special. Ins hier und jetzt. Ins hier und jetzt. Und. 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 Und alles abschneiden. Wut. Frust. Angst. Alte Drama. Abschneiden. Gegegeneinander. Hass. Wut. Eifersucht. Selbstkritik. Abschneiden. Und. Und. Ja. Ja. Und. Nein. Nein. Das will ich nicht mehr. Nein. Nein. Stopp. Das wollen wir nicht mehr. Nein. 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 Und umschaffen. Pa. Cha. To. Pa. Ho. Ha. Ha. Cha. 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 Genau. Und ganz schnell. 20 Mal. Genau. Und. Ja. Zum Leben. Und. Ja. Zu mir. Ha. Und. Ja. Zu dir. Und. Ja. Zum frei sein. Ja. Gut. Und. Und. Trummelmusik. Frei. Und mach Töne. Und geh tief ins Becken, tief ins Becken, geht tief ins Becken, geht sink tief in euer Becken. Aber, 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 genau, grüßt mit euren Füssen, Mutter Erde, Mutter Erde, ich liebe dich. Und vielleicht gibt es einen Tanz zu zweit, zu dritt, geht in Begegnung. Ja, da ist ja die Helga. Genau, super. Jawohl, genau. In den Tanz zusammen. Gut, ja, hopp da wos, hopp da wos. Ja. Kommt in einen Tanz, drei, vier zusammen. Kommt in einen Tanz, drei, vier, 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 vier. Hiyai, hiiio, hiiio. Hiiiiio, hiiio. Hiiio, hiiio. Huhu, 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 huhu. Huhu, huhu, huhu. Oh, 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 super, Ralf. Gas geht, Gas geht, schnell, ganz schnell bewegen. Ganz schnell bewegen. Langsam bewegen, Zeitlupe, Zeitlupe, langsam, langsam, genau. Und dann spürt mal euer Herz. Und was glaubt ihr, welches Herz lebt länger? Das, was immer macht, boom, 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 oder das, was einmal am Tag macht, boom, 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 boom. Jetzt spürt eure Wurzeln, Wurzelschakra, Muladhara, Wurzeln, beugt deine Knie und macht durch die Füsse mega lange, tiefe Wurzeln. Omnimah Sivaya Wurzeln, Omnimah Sivaya. Das Erdchakra, das Muladhara Chakra, Urvertrauen, Sicherheit, Geborgenheit. Und wenn du das hast, geh in dein zweites Chakra, Svadhisthana, im Buch, das Wasser, Flüsse, Gschelo, Zulo, Omnameshivai, auch Lebensfreude, Lebenslust, Sexualität ist im zweiten Chakra. Und dann führ dein Feuer, Solar Plexus, dein Wille, aber auch Gottes Wille ist in deinem Feuer Chakra, Manipura, Sonnegeflecht, von da wird dein ganzer Körper gelehrt. Und dann geh in dein weites, offenes Herz, Omnameshivai, fühl mal, was für ein Segen du in deinem Herzen trägst, für dich, Selbstliebe, Selbstheilungskräfte, Urvertrauen, Verbundenheit. Ich bin eis mit allem, ich bin grenzenlos, ich bin weit, ich bin kerngesund. Und dann geh zu deinem Halschakra, Halschakra, Kommunikation, wundervolle Worte rauslassen, Segen geben, Omnameshivai, und dann dein inneres Auge, wenn die Augen zu sind, spür mal, wo sind die anderen im Ruhm. Alle fühle ich, alle spüre ich, mit allen bin ich verbunden, wir sind eine grosse Familie. Lass uns das Mantra singen. Omnameshivai, Omnameshivai, Omnameshivai. Ich Ehre Gott in mir, Omnama Shivaya, alle Chakra aktivieren. Omnama Shivaya, Omnama Shivaya, Omnama Shivaya. Omnama Shivaya, Omnama Shivaya. Omnama Shivaya, Omnama Shivaya. Om, Na, Erde, Ma, Wasser, Ski, Feuer, Va, Luft, Ya, Äther. Alle Chakra aktivieren, das ist das Mantra der Mantren. Ich Ehre Gott in mir, ich Ehre Gott in mir. Möge Gottes Wille geschehen, das singen wir mit Omnama Shivaya. Und das Halschakra, mega wichtig, Kommunikationszentrum. Wir wollen kommunizieren mit den Wesen in innerer Erden. Wir wollen kommunizieren mit den Herzen aller Wesen in allen Welten. Singen wir. Omnama Shivaya, Omnama Shivaya, Omnama Shivaya. Omnama Shivaya, Omnama Shivaya, Omnama Shivaya. Omnama Shivaya, Omnama Shivaya. Saraswati, Göttin von Kunst, Göttin von Kreativität, Göttin vom Halschakra. Göttin von der Liebe, Göttin vom Fluss. Saraswati. So mögen wir von jetzt an liebevolle Gedanken sagen. Ich habe dich gerne, schön bist du hier. Statt, oh nein, nur mit ihr, sie habe ich gerne. Alle gerne haben, oder? Saraswati. Omnama Shivaya, Swaha heisst, ich gebe dir. Ich öffne mich für dich. Ich zeige dir meine Liebe, Swaha. Shantihi heisst es natürlich. Friede. So geht ein bisschen in den Raum, tanzt ein bisschen durch den Raum. Omnama Shivaya. Swaha Swaha Mahadevi. So, und jetzt spürt mal, sie ist so einfach glücklich sein. Sie ist so einfach friedlich sein. Sie ist so einfach verbunden sein. Mit der Natur, mit allen Wesen in der Natur. Du brennst für Liebe, wie ich. Du brennst für Verbundenheit. Fühl mal deine Flamme im Herzen. Deine Seele ist so klein wie ein Daumen in deinem Herzchakra. Sorry. Abahabah natürlich. Und öffne den Lotus, den zwölfblättrigen Lotus. Und jetzt lass deine Flamme ein bisschen größer werden. Diese Flamme voller Liebe, voller Licht, voller Vertrauen, voller Verbundenheit. So groß wie dein Körper. Und jetzt mach deine Flamme. Und wenn du willst, nimm deine Hände dazu. Ich tanze die Meditation. Wenn ihr wollt, bewegt euch dazu. Mach die Flamme so groß wie dieser Raum. Und dann spüre, alle, die da drinnen sind, sind ein Teil von mir. Ich bin mit allen verbunden. Mit allen eins. Wir sind eine große Familie. Und jetzt dehne dich aus. Werde so groß wie dieser Raum. Und größer, so groß wie das ganze Kongresshaus. Und dann wirst du so groß wie ganz Davos. Und alle Gäste, die hier im Moment sind, tausende von Gästen. Wunderbar. Alle Kinder, alle Erwachsenen, alle Bäume, alle Wasser, alle Berge. Alle Autos sind ein Teil von dir. Und du wirst so groß wie der ganze Kanton Graubünden. Und du dehnst dich aus. Und bist immer noch dieses goldene Licht. Voller Liebe, voller Vertrauen, voller Kraft, voller Zuversicht. Und jetzt wird man so groß wie die ganze Schweiz. Gross, weit, frei, glücklich, verbunden. Alle deine Schwestern, alle deine Brüder in unserem eigenen Land. Und wir alle sind Kinder der grossen Mutter. Und dehn dich aus. Jetzt öffne dein Herz. Ganz Europa. Ich bin so groß wie ganz Europa. Und alle Länder, alle Menschen, alle gehören zu dir in dein Herz. Es gibt keine Grenzen mehr. Alle Grenzen öffnen sich. Und wir sind eine grosse Familie. Und jetzt stell dir vor, dehn dich aus. Wird so gross wie die ganze Erde. Alle Kontinente. So gross wie unsere geliebte Mutter Erde. Alle Länder, alle Rassen, alle Menschen sind in deinem Herzen. Du bist diese Flamme voller Liebe, voller Hingabe, voller Demo, voller Dankbarkeit. Und jetzt wirst du noch grösser. Schau auf die Erde herunter und dann spüre all die Wesen da oben. All die Engel. All die aufgestiegenen Meister. All die Umbras. Dass alle Wesen, die jetzt ganz nahe kommen zu der Erde. Und uns helfen aufzusteigen. Unser Herz zu öffnen. Uns als eine grosse Familie zu fühlen. Wird mal so gross wie alle Milchstraßen. Alle Planeten. Alle Galaxien. Denke so weit, wie du überhaupt denken kannst. So gross ist dein Seelenpotenzial. Ist dein wahres Wesen. Ist dein grosses Wesen. Unendlich. Weit. Grenzenlos. Fühl wie das Ich, wenn du grenzenlos bist. Wenn du frei bist. Wenn du ewig bist. Wenn du unendlich bist. Wenn dein Herz so gross ist, dass alle Menschen, alle Wesen in allen Welten Platz haben. Mögen alle Wesen in allen Welten frei und glücklich sein. Und dann komme langsam wieder zurück und schau mal auf unsere heilige Mutter Erde. Was für ein wundervoller Planet. Was für ein grossartiges Wesen ist unsere geliebte Mutter. Sie wird nur aufsteigen, wenn du aufsteigst. Wenn du dein Herz öffnen kannst. Wenn du im Frieden bist mit dir. Wenn du alles in dir zulässt. Göttlicher Friede ist viel mehr als kein Krieg. Ist dieser Zustand völlig im Hier und Jetzt sein. Im innersten Kern. Und dann schau mal von oben herab. Und sieh dieses Kongresshaus. Und sieh dich. Und sieh all die wundervollen Menschen hier. Deine Freundinnen, deine Freunde. Manche hast du noch nie gesehen. Aber wir sind alle verbunden. Und dann segne zuerst dich. Segne dich. Für deine Berufung. Für deine Lebensaufgabe. Für dein Sein. Auf unserer heiligen Mutter Erde. Und in diesem fantastischen, grossartigen Schweizerland. Und spüre, du bist derjenige, der segnet. Und du bist derjenige, der gesegnet wird. Und du bist ein Segen für diese Welt. Komm dann wieder ganz zurück. Über all die Kontinente. In die Schweiz. In dieses wundervolle Land. Gott sei Dank. Und der Göttin sei Dank. Dürfen wir da leben und wirken. Und dann komm wieder in den Kanton Graubünden und nach Davos. Immer noch bist du dieses Flammenmeer. Diese Flamme voller Liebe und Licht und Vertrauen. Und jetzt komm wieder ganz zurück in den Raum. In deinen Körper. Lass die Flamme wieder so klein sein wie dein Herz. Und dann reich mal mit deinen Händen nach vorne und empfange ein Geschenk für deine Berufung, für deine Lebensaufgabe, für dein Sein auf diesem Planeten. Damit du jetzt aufwachst noch mehr. Damit du unsere Erde schützt und nährst und liebst. und empfange ein Geschenk. Das kann alles Mögliche sein. Vielleicht ein Ton. Vielleicht eine Kundalini, Shakti. Vielleicht ein Kristall. Und wenn du das Geschenk bekommen hast, leg deine Hände auf dein Herz und spür. Da bin ich. Da ist meine Heimat. Da bin ich. Da bin ich daheim. In mir. Und das ist mein Geschenk für mich und meine Liebsten, meine Familie auf dieser Welt. Und spür noch mal, wie weit will ich mein Herz öffnen und Liebe und Licht und Vertrauen in diese Welt schicken. Und spür mal, was für ein grossartiges Wesen das du bist. Und sag dir, danke vielmal bin ich da. Bin ich da hergekommen. Bin ich ein solches Geschenk für die Welt. Ich danke mir für meinen Mut, für meine Kraft, eine Pionierin, ein Pionier der neuen Zeit zu sein. Weil auch du bist es. Nicht nur unsere grossartigen Referentinnen und Referenten. Auch du. Sonst wärst du nicht gekommen. Auch du bist ein Pionier. Auch du bist ein Säger für die Welt. Wunderbar. Da bin ich. Da stehe ich in meiner Kraft. Auf die Minute. Also ich muss ein Genie sein. Danke. Danke viel, viel Mal. Hat es Spass gemacht. Sehr. So mache ich nur, wenn ich besonders glücklich bin. So ihr Lieben.